Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der KTM in Thüringen. Der Düngerstreuer arbeitet noch fleißig. Er hat die erste Runde gefahren, jetzt fährt er oben runter. Dann können wir hier weiter schauen, was wir Holz weiter fällen. Jetzt sieht man sich, verkaufen wir was. Hauptsache genug Licht. Naja, nicht viel oder besser wie nix. Ja, externe, externe ist gut. Das sehe ich gar nicht. Das heißt, hier müssen wir umstarten auf 3,01 Meter. 3,01 Meter. Haben alle genug Holz gemacht, um in den einen voll zu fliegen. Die ersten Bäumchen. Die Montage sind furchtbar krass. Die Montage ist früher aufstehen. Das liegt aber nicht gut jetzt. So geht's. Ungunstlich. Einbacken? Nicht ungunstlich. Das heißt, wir werden es nochmal aufladen. So. Ich weiß, wir werden es nochmal aufladen. Ich weiß, wir werden es nochmal aufladen. So, Karl kann man ja nicht mehr nehmen. Das geht aber auch nicht. Hä? Wie geht vor die Hälfte? Ja, das wird die Balken, die ich nicht brauch. Im Schluss. Wieso? Warum geht da einer so blöd rauf? Ich habe eine Ausfluggeräte, eine Ausfluggeräte, eine Ausfluggeräte. 8 Meter und wir sind auch gut bisschen richten so gut und stellen auf auf 9 Meter das stück das kann sein das stört Lass dich überraschen. Junge, das ist wieder Freitag heute. Das ist der Wahnsinn. Hier die Folge, das ist Freitag. Wie die Zeit mehr geht. Oh, hinten ist hier noch so tragisch. Nein, wurscht. Stop. Schade. Stop. 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 Alle gut hingelegt, ne? Schön, Reihe und Glied. BB. Aufladen. Stop. So, ich muss nachgefahren. Ich glaube, ich fahre eine Bede, Junge. So. 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 jetzt. So. Jetzt verlangt wird. Juck. Stop. B. Voll ist er. L. Und B. Stopp. Ich schlafen hier überhaupt nicht. Hier in Thüringen. Aber ich kann auch nicht glauben. Dünger schon unterwegs. Ich glaube Tannehill gleich wieder reif ist. Aber dann haben wir die Scheiße. Für Würsten. Dann können wir mal zwei düngen. Auf dem letzten Feld sind nicht ganz so wichtig. Da ist gerade gewachsen. Die erste. Da kommt Unkraut. Gewachsen. Holz. 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 Bitte. Gutes. Gute Ladung. Holz. Kleine Gbis fahren auch noch hier. Glaublich. Komische Haus in Thüringen. Los habe ich. Gefährlich. Wollen wir mal da hinstellen. So hoch gar nicht gefährlich. Unfall habe ich Problem. auf dem Weg. Und da sind wir. und verkaufen halbein eh kurz 56.000 Ich muss noch die BGH vollmachen. Mal weiter und so. Haben wir ja fast. Da war nix. Ich steh drauf. Geht nicht. Shit. Egal. Wir müssen die Schlage machen. Wir müssen das einmal laufen. Die Schlage muss rein. Das trifft sich gut. Gleich Kontrolle machen. Ja, Dünger. Pah, klappt. Ist ja nicht selbstverständlich. So, okay. Jetzt wollen wir noch Dings machen. Die Schlage. Ich hätte mich ausmachen können. Das ist hier. Okay. Das blöde ist, ich muss die Schlage vom Hänger holen. Schauen wir mal. Ich bin mal vorn. Planen wir nicht. Der Moment fällt mir nicht. 60 fertig ist. Könnte man zur Tour hauen. So, wir gefaut werden. Dann können wir noch ein bisschen machen. Das ist ein Schardin. So, dann haben wir drei Wahlen. Ah, nee, aber jetzt wird der. Oh. Oh. Das ist überschwemmlich höher. Das ist mit dem Leger geworden. Oh. 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 und weg ist er bei der ne, war der Klappsch gemacht 8000 jetzt kann die ballen eigentlich nur 6200 los sein 2 ballen hast du 8000 ja und das war fast voll 1 ballen geht nur rein jetzt kann ich den Mund einfach sehen gleich fliegelpapier und dann nochmal gegen die Ruhe jetzt können wir mal Butter rausholen und Brot aufbauen jetzt halten wir rum mal gucken wer der Dönerstreuer ist 6.000 bestimmt dann ist bloß die 2 dazu die 1 2 2 3 dann noch zu ende fahren dann haben wir geschafft ja das wieder freitag mal schauen vielleicht gelingt es mir mal hier ein livestream zu machen oder nicht so einfach weil dann müsste ich nach einem livestream eine Aufnahme haben das heißt wenn jetzt dummerweise die andere dazwischen kommt was mir eigentlich sehr wichtig ist klappt das hier nicht ich müsste mal rein theoretisch und so gestalten die herren tag mal was machen könnte dass ich da so aufnehmen dass ich das im herren tag keine folge habe ich mir vor abend dann live streamen und dann weiß noch nicht genau ich möchte auf keinen fall das andere projekt geführen es macht mehrere zusammen von mir spaß noch einmal zurück sind wir durch das ist so ein blöden durch den streifen ja vielleicht mit dem anderen feld haben wir am besten behalten können so ich beendere schon mal ohne voller abschloppt das soll es für heute gewesen sein ich hoffe es hat euch gefallen mir schon und ich bin müde wenn es zur zeit dann wünsche ich euch einen schönen tag ich würde mich freuen über ein like ich sage schon mal danke ein ab und wäre auch nicht so schlimm ich danke auch schon mal ansonsten hören und sehen wir uns zum nächsten tag amstag aber die folgen sind noch nicht fertig seid mal tschüss und winke winke bis denne tschau tschau machen wir mal fertig ne tschau 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 tsch